Hallo Freunde der Fotografie und willkommen auf meinem Channel. Dieser Channel will euch auch ein bisschen inspirieren. Ich will euch mitnehmen zu Studio Sessions, aber auch zu Fotografie draußen. Und genau da bin ich jetzt gerade. Ich bin hier in Düsseldorf und ich will ein bisschen Street-Fotografie machen und auch ein bisschen Urban-Fotografie. Street-Fotografie, also irgendwelche Straßen mit Menschen und Urban, das können natürlich auch Landschaft und Gebäude sein. Es regnet, es ist zur Mittagszeit, es ist dummes Wetter, diesiges Wetter. Okay, es gibt gar kein schlechtes Wetter. Jedes Wetter ist gut zum Fotografieren, gerade jetzt. Wenn alle anderen Fotografen zu Hause bleiben und nichts tun, dann kann man trotzdem raus und ein bisschen was tun. Ich bin mal gespannt, welche Bilder ich hier mache. Begleitet mich einfach auf nach Düsseldorf im Regen. Von der Aufnahmetechnik her, ich benutze meine Nikon Z7 II und dazu von TT AirTisan ein 50mm Objektiv mit 0,95er Blendenöffnung. Das ist normalerweise für eine Leica L-Mount ausgelegt, aber ich habe es adaptiert an den Z-Mount der Nikon. Wenn immer es geht, habe ich die große Blendenöffnung von 0,95 benutzt und danach werden die Bilder in die Hansa in eine analoge Anmutung übertragen und dann noch mit Lightroom ein bisschen den Farben angepasst. Es wird also spannend. Gleich zu Anfang des Trips ein heftiger Kontrast. Eine Palme und eine Bar bei diesem Wetter, das musste fotografiert werden. Bei der Street-Fotografie hat man zwei Möglichkeiten, ein richtiges Bild zu bekommen. Entweder man ahnt, wo ein Bild entstehen könnte, stellt sich dorthin und wartet. Das habe ich jetzt hier gemacht. Oder man reagiert schnell, wenn man irgendwas sieht. Das ist natürlich mit einer 50mm Linse mit 0,95er Blende und damit keiner Tiefenschärfe ein bisschen schwierig. Hier habe ich einfach gewartet, was passiert. Nach der regengeschützten Unterführung bin ich ein bisschen weitergegangen und dann fiel mir dieses fast abgesoffene Boot ins Auge. Ich habe auch ein Foto gemacht, allerdings war ich da wohl ein bisschen zu unscharf. Apropos unscharf, auch hier brauchte ich drei Anläufe, bis ich ein halbwegs brauchbares Bild hinbekommen habe. Die ganzen Bierfässer und Kästen haben es mir direkt angetan. Da musste irgendwo ein Bild dabei sein und es war auch so. Der nächste Stop war der Weihnachtsmarkt in der Altstadt. In Düsseldorf liegen die ganzen Fotolocationen alle nah beieinander. Direkt durch diese kleine Gasse durch, wollte ich diese kleine Straße aufnehmen mit den Geschäften dabei. Erstmal vorne die Lensklepp ab und dann dachte ich mir, Menschen sollten hier nicht sein. Menschen waren dann aber. Also musste ich etwas warten und warten und warten und warten. Und warten. Das war die Lensklepp ab und warten. An den meisten Szenen habe ich immer nur ein Bild erstellt. Die Kamera entsprechend vorher eingestellt und dann ausgelöst. Diesmal habe ich halt nicht darauf geachtet, dass die Person links auch noch im Bild ist. Mist. Den Empfangsmensch im Breitenbacher Hotel wollte ich eigentlich auch fotografieren. Ich habe gefragt, durfte ich leider nicht. Also kein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das war's. Das war's für heute. Das Ding sieht gar nicht mehr so gut aus. Keine Ahnung, ob das Titi Atisen das aushält, weil es ist ja nicht wassergeschützt. Aber ich hatte dann die Idee, ich bin mal eben kurz rüber zu Fotokoch und hab mir ein Linsenreinigungstuch geholt. Und netterweise 4,95 Euro. Nachdem ich das Tuch jetzt benutzt habe, die 5 Euro waren's wert. Die Linse ist sauber und das Tuch ist recht groß, ist doch was Besseres als nur diese komischen Werbedinger. Gerade zur Weihnachtszeit ist natürlich ein Anlaufplatz. Also hab ich's mir nicht nehmen lassen und jetzt kommen halt Bilder der Königsallee. Mit dem Prada Schaufenster hatte ich eine besondere Idee. Leider hat die Szene ganz schön lange auf sich warten lassen. Ich war da wahrscheinlich so 10 Minuten. Auch bei Gucci hab ich dann ziemlich lange auf die richtige Situation gewartet. Der Sicherheitsmann hinter der Scheibe hat mich da schon ziemlich lang gemustert. Keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Als ich dann wieder gegangen bin, war aber alles in Ordnung. Keine Ahnung, was der sich in Ordnung ist. Nice one. Regnerisch in Düsseldorf. Okay, das waren jetzt noch die Aufnahmen von der Kö. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich habe die gerade mit Dehensa ein bisschen in analog verwandelt. Wie auch immer, ich gehe jetzt so langsam Richtung Parkplatz. Das waren jetzt vier Stunden in Düsseldorf. Mal schauen, vielleicht mache ich noch ein paar Bilder und rennt die euch gleich ein. Aber diesmal jetzt ohne Videokamera. Das reicht jetzt und die GoPro hat mal wieder zu häufig ausgesetzt. Gut, das war's. Kommentare, Likes, Subscribe. Ihr kennt das. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Bis dann und tschüss. Bis dann. 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 Vielen Dank.